Hallo Leute, hier ist wieder der Jan und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme-Session Call of Duty 4 Modern Warfare 1 Und joa, wir sind immer noch am gleichen Ort wie in der letzten, am Ende der letzten Aufnahme Ich hoffe es hat euch bis jetzt gefallen, mir hat es Spaß gemacht und ich werde auf jeden Fall weiterzocken Weil es geil ist und ich vergessen habe welchen Suchtfaktor dieses Spiel hat Und joa, groß zu labern gibt es nichts So ändert hat sich nichts Dann werden wir mal weitermachen Wir waren hier irgendwie auf so einem Schlachtfeld, wo wir irgendwie so einem Panzer helfen sollten Von unserem, also einem arikanischen Panzer, der von den Gegnern umzingelt wurde Und damit die, ähm Wobei ich glaube wir waren sogar noch ein Stück weiter Ah ja genau, wir waren noch ein Stück weiter Naja, dann kennt ihr ja das ja Wir sollen hier diese, dafür sorgen, dass die Luftunterstützung herkommen kann Und dafür müssen wir so eine Luftabwehrrakete glaube ich zerstören Und ja, das Spiel hat es nicht ordentlich gespeichert, deshalb dachte ich wir wären schon nicht so weit Wow, der hat mich jetzt total erwischt Das war knapp mit der Granate Alter, der Typ hat mich ja so erwischt Scheiße Ne, du nicht, du auch nicht Ja, knapp Ich hab mich sogar noch in echt geduckt eben Hammer So Ja, jetzt sind wir an der Stelle, wo wir aufgehört haben Ja, das tut mir jetzt leid, Leute Das hab ich leicht verpeilt, dass wir noch schon ein Stück weiter waren Ich hoffe, ihr verzeiht mir das Und jetzt leckt mich, Leute Was wird so Granate Ich will nicht sterben Ah, gut Oh, er rennt einfach rein Komm schon, komm schon Stirb Verschloch Oh, das war knapp Shotgun So, jetzt bin ich an dieser Rack Stirb Wo schießt denn einer auf mich, bitte? Wollen wir zugucken? Ja, wollen wir Gut Und jetzt Okay, wo soll ich ein IR platzieren? Ups, falsche Richtung Ja, da muss ich hin F Das war knapp So, gucken wir jetzt mal zu Osten Nord Osten Ui Ein Helikopter Hoho, eiskalt getroffen Ja, nice So muss das laufen, Leute Alter Wie die das Wie der Typ geflogen ist So, der gehört mir Yay Panzer gerettet So, ich glaube, ich habe den noch gar nicht gesehen Muss ich mir erst mal angucken Was der für ein Panzer ist von uns So, Landezone gesichert Bringt die Techniker rein, damit wir den Panzer wegkriegen Ah, da ist der Panzer Sie sind auf dem Weg Gute Arbeit Over Oh, ich bin schon am Panzer Wie nah komme ich ran, ist die Frage Ja, 0,0 geht nicht Okay Mission geschafft, würde ich sagen Ach, das Hätte ich auch noch in der letzten Folge fertig spielen können Fällt mir gerade so auf Aber egal Dann starte ich jetzt mal den Timer Schon wieder vergessen, ey Ja Ich vergesse mal den Timer zu starten Deshalb werden die Folgen zu viel Zu länger Scheinbar sind wir jetzt In einem Heli Ja Die Frage ist, wohin es geht Sieht irgendwie russisch aus Oh, da kommt eine Rakete Scheiße Oh, nein Wir stürzen ab, Leute Wir stürzen ab Wir stürzen ab Doch, nicht überlebe ich das Ähm Sieht nicht so gut aus Nee, sieht nicht so gut aus Ja doch, ich habe es überlebt Glücklicherweise Gucken wir aus meinem Team noch erlebt Ja, super Die anderen rennen schon rum Und ich liege hier noch auf dem Boden, Leute Ja, scheinbar ist noch alles dran Also zumindest was ich sehe So Super, habe ich noch eine Piste Ja, ich gehe 36 Oh, fuck ey Wir sind mitten im feindlichen Gebiet Ohne Unterstützung Nur wir vier Leute Was macht denn der da Fünf Leute Nur wir fünf Leute Mitten in Russland Und da kommen schon die Feinde Oh, das war knapp Das war knapp Erstmal hin Na gut, geht's weiter Alter Wollen wir wirklich in das Dorf rein Na ja, unauffälliger geht's auch nicht mehr Glaube ich Das ist gar kein Dorf Das ist nur ein Bauernhof Oh mein Gott Ich bin dafür, dass ich dem jetzt gebe So direkt Headshot Okay, erliebe diese Bastarde Bevor sie den alten Mann töten Das wird zu langsam Alter, lebt ihr noch Oh, fuck ey Ich glaube, das war's Oh man, das tut mir leid, ey Da war ich ein bisschen zu langsam Hallo Hallo Bereich gesichert Alles klar, weiter jetzt Oh man, hoffentlich sehe ich mich nicht Ja, ich hab's verstanden Wäre auch dumm jetzt hochzukommen Direkt dann Über mich drüber Gucken, ob da wer drin sitzt Ne Yeah, ein Traktor Die sieht sogar noch ziemlich gut aus Für so russische Russisches Kontakt auf 6 Uhr Feuer wieder Okay Da ist meiner da drin Achso Erstgas, ich bin mir nicht klar Wer ich bin Alter Das sind so viele Wo kommen die denn alle her Oh nein Nein Was für eine schlaue Weisheit So, wo kann ich mich hier hinter verstecken Ja, das sieht doch gut aus Feuer wieder Wieso treffen die mich von da hinten? Die laufen noch Frisst die Granate, Leute Camper mag keiner Nein da Oh, bitte steif ich nicht hoch Nee, hier ist keiner drin, Leute Oder? Nein, war keiner drin Puh Das war knapp, ey Stirb, Spacken Alter, ist schon so gefährlich Das in der Wand zu hocken Alter Alter Nein Bin ich dem direkt ins Messer gerannt, ey Fängt ja wieder super an Erstmal hier Ähm, C Gehen besser schießen Hier, fress die Granate, Leute Alter, wie viele sind denn da, bitte? Und warum treffen die mich bitte nicht? Ich bin nur hinter so ein bisschen Holz Ist mir auch egal, warum die mich nicht treffen Sondern sie treffen mich nicht So Naja Ja Ja, den hab ich erwischt Fuck Fuck, 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 fuck Alter, ich hasse dieses Geräusch von der Blendgranate Okay Okay Ich lass da mal meine Männer ein bisschen mehr machen hier Boah, da ist noch so ein Wichser, ey Puh Das war verdammt knapp Ja, das wär scheiße Erstmal den Laptop mitnehmen Acht Yay Vier von dreißig möglichen Teil gefunden Alter, ich hasse Hunde, ey Ich hasse fucking Hunde, ey Mann Komm Nein, Mann Diese scheiß Hunde, ey Ich bin zu weit vorne Einer tot Zwei tot Hab ich ihm nochmal gerade so den Arsch gerettet Puh Ja, hier, Leute Fress die Granate, ey So, und er ist tot Ja, gib ihm nochmal Nicht schon wieder so ein Scheißhund Wo ist der Kack Erstmal aufs Dach gehen Ducken Jetzt kriegen die aufs Maul, ey Wenigstens ist hier kein Oben, kein Hund, Mann Jetzt ist man wieder runter Alter Alter, ich kann die Sohne gar nicht Ich find das so lustig, wenn die alle schon halb tot sind Und dann noch die mit der Piste rumschießen Irgendwie Das sieht irgendwie voll krank aus Anstatt dass ich verpisten Schießen die einfach mit der Piste rum Offensichtlich wissen Sie nicht, wo wir sind Das sollte so bleiben Mal nachladen Alles klar, weiter vorwärts Bewegung Wieder durch diesen ekligen Tümpel Ja, klar Mh, lecker Achtung, vorne an der Brücke sind Maschen Bewegung Ohne mich gesehen Ja, haben sie Da wo sind denn noch mehr? Ach, da im Heli, ey Im Heli, ey Das ist doch auch schon wieder jetzt Alter, hab ich den nicht erwischt Uh, das war knapp mit der Scheißkanne hat er Wo ist denn mein restliches Team? Ich bin schon wieder zu weit vorgerannt Ja, nice Im Rücken erwischt er Lebst du immer noch da oben drin? Ja, jetzt war's das Kann ich den Piloten auch treffen? Scheinbar stört das den Heli nicht, wenn ich da aufschieße Da, wo ist denn noch einer? Ja, das war meiner Wieso läuft der denn noch in die Richtung? Alter, ist da schon wieder einer in dem Scheiß-Heli drin? Oder was? Das kotzt mich ja schon wieder an Ja, ein Eis-Headshot Lass mich hier so ein bisschen in den Pflanzen campen Ja, komm, knutsch meine Eier Ah, ich hab keine Flüschpiller-Kranaten mehr Alter, wie knapp das dann dran ist, ey Uh, das war auch knapp Ich muss ein bisschen mehr aufpassen Ich muss mehr aufpassen Okay, das war keine gute Aktion Das war keine gute Aktion Boah Fick doch die Henne, ey Erstmal da rüber Tot Okay Da kommen denn die ganzen Granaten hierher geflogen? Oh, da drin sind noch mehr Yay Wir ballern durchs Im, im Gewächshaus rum Chillt aber auch irgendwie Mal gucken Alter, dem hab ich doch eben gegeben Ah, halt So geil Ja, frisst drei Schüsse, stirbt nicht Äh, frisst drei Kugeln, stirbt nicht Ja, so muss das sein Ist ja auch relativ realistisch Dass man nach drei Kugeln noch lebt Jetzt verschanzen sich auch die Säcke da in dem Im Gewächshaus, wer wird Ah, nein Achten Sie auf die Granatenwohnung Nein Tue ich nicht Tot Tot Nein Der noch nicht Hä, hab ich jetzt gerade das Glas nicht durchgekriegt? Der ist schon mal tot Nachgeladen Tot Halter Haha, sauber Wo ist mein Team? Ach da Lassen wir da eine Säuschen rein Ah, da war noch einer drin Das war auch wieder mal klar Dass da noch einer drin liegt Alter Ganz ehrlich Wo bekommen die die ganzen Männer, ey Verheizen die die ganze Zeit Männer Wir zu fünf Gegen irgendwie 300 400 Typen So viele Freiwillige können die auch gar nicht haben Kommt zur russischen Armee Ihr werdet ganz gnadenlos von Amis hingerichtet Alter Aber es ist schon geil Was so ein Spezialteam ausrichten kann Das ist eine ganze Armee runter Im Netzen hier Ah, da hocken noch zwei Oh Im Genächshaus Mal runter, schön Wo ist denn der Heli-Klinge hier sehen Ah, da oben Alter, verpiss dich doch mal Scheiß Heli Ich will weiterspielen Und nicht irgendwie warten Bist du weg Alter, ich hab mir doch Deckung gesucht Verpiss dich, Junge Was ist das, du Schweinepriester, ey Alter Kann ich das Licht irgendwie kaputt machen Nein, ich kann dem Heli gar nichts Den Typen treff ich einfach nicht Oh man, ich will den Typen auch erwischen Ja, komm Wo ist denn der scheiß Heli Ah, da sind wieder meine Kumpels Naja, ich würde sagen An der Stelle beende ich mal die Aufnahme Damit es auch ein bisschen spannend ist Ja, mit dem scheiß Heli Und den zwei Typen, die da vorne stehen Die ich jetzt Direkt in den nächsten Aufnahmen schnetzeln werde Und ihr seht das leider erst morgen Aber Es wird für sich ja wieder lustig Wenn ihr zugucken dürft Wie ich mich Wie ich versage Rumnube Mir fällt kein richtiges gutes Wort dafür ein Naja Hauptsache es hat euch gefallen Guckt euch auch unsere anderen Videos an Mit Markus, Marcel, Christo Und so weiter Und Jo Man sieht sich am Morgen Oder im nächsten In der nächsten Runde In der nächsten Runde Bis dann Leute Tschüss